Was lässt sich durch das Einfügen eines M in das genaue Gegenteil verwandeln? Erfolgskurs, Aufstiegschance, Karriereknick, Kick oder Förderpreis? Vielen Dank. Ich würde den C, glaube ich, nehmen. Karriereknick. Peinlich. Ich entschuldige mich bei der Fragenredaktion, die 3,7 Tage an dieser Frage gearbeitet hat. Ei, ei, ei. Das kriegen Sie aber nochmal zurück hier wieder. Oh, ich hoffe nicht.